Ich liebe Fizz. Wie kann man Fizz nicht lieben? Er ist der süßeste. In den kommenden Minuten werden diese Teams jeweils eine Frage aus den folgenden Kategorien beantworten. Der Schwierigkeitsgrad steigt von Runde zu Runde. Je nachdem, wie ihr eigener Wissensstand ist, können die Spieler Kategorie und Schwierigkeit selbst wählen. Gewertet wird wie folgt. Und jetzt ab ins Fizz-Quiz. Also du willst zuerst Prime Stats, dann Law und dann Who's Dead. Who's Dead finde ich schwierig, da musst du mich carryen. Aber Who's Dead ist doch legit. Kannst doch locker fallen. Who is Dead? Pokemon! Pikachu! Ich denke, wir sollten Medium-Prime-League-Stats gehen. Und dann Easy-Lore und Hard. Who is Dead? Okay, du, wie hast du den einzigen? Ich wüsste nicht, wer sonst noch einen ist. Ich glaube, es ist tatsächlich nur einer, aber ich bin mir auch nicht sicher. Meistens sind es ja ADCs, weil deren Rolle ja sehr... So lange man nicht nur Seraphine spielt, ne? Kann man auch mal bei Pentacles machen. Wir müssen ja nur die ACs durchgehen. Also wir haben ja einmal Lothar Scharin, der hat auf jeden Fall keinen gemacht. Der hat doch eigentlich nicht mal einen Double-Kill gemacht. Wie gesagt, einen Split. Der ist doch unnötig, der Text hat auch keinen gemacht, bin ich mir sicher. Sag einfach eins, es ist eins. Also wir sagen eins. Guck mal, er guckt kritisch, er hat kritisch geguckt. Ja, ist doch okay. Er möchte mich dann so verunsichern. Also ich sag eins und du würdest drei sagen und dann ist eins richtig. Ich will den Piss nach Hause nehmen. Ja, deswegen, cross me on eins. Eins, eins. Oh mein Gott! Das ist Kategorie 2 Medium jetzt, ja? Ach so, ja. Diese eine Quote. Wenn sie, wenn Ash drinnen mehr tötet. Irgendwie ist man, things could have been different, my love. Irgendwie so eine Scheiße. 100 Pro, 100 Pro. Ich nehm dich mit A aus. Wie ein Lächeln, weißt du, das war das Liga-Lächeln. Was 11 oder 12? Ich würde sagen 11. Maybe if he says that, that's mean it's 12. Ah, let me think. No, it's 12. Unfortunately, it was 11. Ah! Ah! He made me guess myself. Ja, ja, ja. Ist das nicht Caps? Ähm, nee, das ist... Das ist Cheo, der grad bei Team BDS spielt. Academy. Und der war bei... SK Gaming. Ich hab's an der Silberkette erkannt. Klar. Die Silberkette hat ihn verraten. Oh, who the f*** is that? Wait, I know him, I think. Is it Cheo? I think it's Cheo, no? The BDS jungle. And he was on SK for a bit. I mean, let's just go with your instinct, because I have no clue. You need to know the team he was on as well. I mean, if it's about Prime League, then the only team he was on was SK. Okay. That's correct! Oh my god, let's go! Woooo! Will ich uns sagen, nehme ich mit? Deserved. Würde ich sagen. Würde ich sagen, war... Würdest du einfach wie der Summers-Beauty sagen? Klar. Das ist actually fun. Ja, I mean, I'm lucky, I'm lucky second. I would like to do more. Bis zum nächsten Mal.